Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Grand Prix de l'Auf Sonnenweide. Heute aus der Rückperspektive. Wir räumen das Feld quasi von hinten auf. Das Safety Car ist direkt vor uns. Und hier, Rokita. Immer die letzte, weil immer am meisten Hunger, wie man sieht. Mh, das schmeckt. Hier wird Treibstoff getankt. Zwischen durch. Igor, der kleine große Esel, stapft noch etwas unbeholfen dahin. Und, ganz genau, die nasse Fahrbahn. Eindeutig die falsche Reifenwahl. Auch der Moderator und Sprecher ist noch nicht ganz munter. Hier, Martin. Auch der immer hungrige Esel. So, wir nähern uns dem Siegerfeld. Eindeutig wieder Emmy, ganz vorne Emmy. Emmy ist eindeutig unsere Favoritin. Danach Lucky. Ein Ilby und dann Lucky. Aber Wendy hinter mir. Nun, Achtung, jetzt wird gekämpft. Martin versucht das Feld von hinten aufzuräumen. Emmy ist das erste Ziel. Dann Lucky. Ilby. Und zuletzt hier unser kleiner großer Esel. So, und jetzt. Das Safety Car treibt dann. Liberty geht über die Schwelle. Wendy. Und hier haben wir nochmal Rokita. Wendy, was sagen Sie zum Ergebnis? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Leistung heute? Können Sie uns noch ein Statement zu Ihrer derzeitigen Befindlichkeit abgeben? Nein. Eindeutiges Nein. So, wir danken recht herzlich für dieses heutige sehr kurze Rennen. Wir wünschen Ihnen allen da draußen auf dieser großen weiten Welt einen schönen Tag. Safety Car, möchten Sie noch was zum Rennausgang sagen? Überraschend. Emmy, ich glaube, war noch nie Erste. Doch! Schmädert Sie die Leistung dieses Rennpferdes-Esels nicht. Emmy ist das stille Favorit. Ja, schönen Tag. Bussi und tschüss.